Ja, sag mal, Joschi, was machst du denn da? Der ist nicht hoch genug, da passen meine Geschenke gar nicht drunter. Ach, Joschi. Leute, ich such die Lichterkette. Mama, wir haben sie schon aufgehalten. Oh nein, mein leuchtendes Christkind. Kann mir jemand die Kugeln anreichen? Ach, doch, nicht werfen. Ich hab auch noch eine. Ich hol den Staubsauger. Mama, schnell, der Weihnachtsbaum leuchtet. Wir wünschen euch frohe Weihnachten.